Hey! Frau Schertz, ein schwieriger Match für eine Mittelfahrtspielerin zu mir. Man muss das 1-2 aufholen. Wie haben Sie sich gefühlt? Ja, wie gesagt, es war schwierig zu mir. Ja, ich meine, bis zum Schluss probiert es, es hat nicht gelangt. Ihr habt bis zum Schluss gut gespielt, Druck gemacht. Gegenbau haben ihr sowieso extrem gut gespielt. Zürich nicht viel durchgehen lassen. Wie arbeitet ihr es, dass am Schluss die letzten Abschlüsse, die letzten Chancen jetzt wieder kommen, dass ihr wieder Goalschiess? Ja, wir müssen uns ein bisschen an der eigenen Ansehen, ein bisschen effizienter werden, denke ich. Und einfach weiterhin an uns glauben. Ich glaube, das ist auch wichtig, jetzt trotz dieser vier Niederlagen den Glauben nicht zu verlieren. Schauen wir uns das Ganze noch schnell an mit vier Niederlagen. In fast jedem Match sind ihr eigentlich sehr gut drin. Ihr spielt mit. Es sind kleine Momente, die euch dann Goal kosten und dann auch Punkte. Wie könnt ihr das auch als Team schauen, dass Einzelfälle nicht mehr so gewichtet werden? Ja, dass wir einfach bei den kleinen Sachen konzentriert bleiben, dass wir jeden Pass genau nehmen. Ja, und dass wir nicht erst in der zweiten Halbzeit anfangen, gut zu spielen, sondern wirklich von Anfang an bereit sind. Heute war der Nationaltrainer hier. Letztes Mal, als er den Tag sah, sie sah, die Spielräder sind mitgenommen. In Serbien sind ein Goal geschossen. Im Moment ist ihre Teamkollegin Malingut sehr gross. Dann hat sie drin. Was denken Sie, wenn das ihre Chance kommt? Ja. Ja, einmal jetzt zuerst schauen, dass ich ein bisschen Spielpraxis bekomme. Dann ja, Schritt für Schritt schauen, was passiert. Schwerer Match heute im Derby gegen GC, aber am Schluss glückliches Ende genommen. Wie haben Sie diesen Match gesehen? Ja, also ich hätte gesagt, am Schluss hatten wir relativ viele Chancen, die wir auch noch hätten machen können. Am Anfang, ich sage relativ ausgleichen. Ja, ja. Ich glaube, 2-1 ist ein ziemlich faires Resultat. Gibt es jetzt ständig Gegenbaugschaft? Es war schwierig für euch, um eine gute Baustafette anzunehmen zu bekommen. Doch am Schluss hatten wir ein paar Konterchancen. Dort wäre wahrscheinlich noch das 30 Kult drin gelegen. Warum kam das nicht zustande? Ja, ähm... Wir sind vielleicht etwas zu wenig konzentriert gegen vorne. Einfach auch ein paar unnötige Fehlpässe. Nicht ganz fertiges Spiel gehabt. Jetzt ist es eine anstrengende Woche für sie. Also anstrengende mehrere Wochen. Man hört, sie hustet, es wird kalt. Champions League, Liga, äh... Englische Woche, Liga, äh... Cup, dann wieder Champions League. Wie verwaltet ihr die Kräfte? Ja, wir gehen ein bisschen durchrotieren eigentlich momentan. Und schauen, jetzt ist auch noch Cup. Und Champions League müssen einfach alle wieder fit sein. Und ich glaube, das ist bis jetzt relativ gut gemacht worden. Reden wir schnell über die Champions League gegen Minsk. Ist nicht alles so gelaufen, wie wir wollten. Sie haben den Hauptzeitdick gespielt. Was malt ihr euch für letzte Runde aus? Ähm... Sicher kompakter stehen. Sie haben schnelle Stürmer. Gute Laufwege vorne. Und dann einfach nicht mehr so viel Fehlpässe, wie wir jetzt in Minsk hatten. Und äh... Ja. Frau Welker, heute gegen Zürich sehr gut gegen Bau geschaffen. Zürich hat zwei kleine Chancen. Macht die Goal eine härte Niederlage, oder? Ja. Jetzt haben wir gesehen, Ihr Team mag gut mithalten gegen jeden Gegner bis jetzt. Die vier Matchen haben ihr nie schlecht gespielt. Aber der Gegner schiesst das Goal in blöden Momente. Als kleine Fehler... Wie schafft ihr es, dass die Fehler eliminiert werden durch das Spiel? Ja, ich sehe es genau gleich. Basel ist ein absolut Katastrophenspiel gewesen. Dort war es verdient, dass wir verloren haben. Sonst ist es eigentlich okay. Es ist noch nicht gut, was wir machen. Aber man sieht Ansätze, die passen. Und an diesen Ansätzen müssen wir weiterarbeiten. Gehen wir jetzt ein paar Meter weiter vorne im Sturm. Ihr Team hat gute Chancen rausgespielt in Luzern. Gute Sponsen rausgespielt heute gegen Zürich. Der letzte Abschluss der Fall. Wie könnt ihr das jetzt noch ein bisschen verbessern? Im Training. Die Goal machen, im Training üben. Und irgendwann kommt das Glück auf unsere Seite. Jetzt geht es in den Kopp. Ihr braucht ein Erfolgserlebnis gegen die Schweiz. Seid ihr sicherlich Favorit. Was müsst ihr dann erreichen, damit es diesen harzigen Start wettmacht? Ja, jetzt einfach mal wieder Fussball spielen. Mal wieder ein paar Torchancen. Also noch mehr Torchancen kriegen. Und dann auch schauen, dass sie reingehen und uns ein bisschen in den Rausch spielen. Und das in die Meisterschaft mitnehmen. Herr Dalsanto als FCZ-Trainer im Derby. Eine 17-jährige Spielerin in der Mitte aufzustellen. Das braucht Mut. Wie sind Sie zufrieden mit der Leistung für das Team? Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wir haben jetzt strenge Wochen hinter uns. Mit weiteren Reisen. Mit Mittwoch- und Samstagrunden. Und von daher bin ich sehr zufrieden. Wir haben die drei Punkte geholt. Das war das Wichtigste. Wir haben gute Sachen gezeigt. Und dann auch ein paar weniger gute Sachen. Was mich sehr aufgestellt hat. Sie ist nicht 17. Sie ist 15. Sie ist Jahrgang 2004. Und hat das überragend gemacht. Mit einer guten Ruhe. Und hat ihre Technik ausgespielt. Ich habe 17 gesagt, was sie auf 17 spielt. Aber ja, nochmal eindrücklicher. Gehen wir jetzt zu dem, was ihr Team gut gemacht hat. Nämlich die Goals. Chancen ausgearbeitet. Gewisse. Ein klare Penalty, die nicht pfeifen wird. Wie kann man das maximieren, damit eben nicht nur 1-2 steht am Schluss? Ja, ich bin schon mal froh, dass wir unsere Chancen erarbeitet haben. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wir haben einige Chancen erarbeitet. Wir konnten sie leider nicht machen. Darum mussten wir bis zum Schluss zittern. Und da kann immer mal 1-1 reinfallen. Ja, GZ hatte dann auch ihre Chancen. Haben sie zum Glück auch nicht gemacht. Und für mich war wichtig, dass wir gekämpft haben bis zum Schluss. Alles gegeben haben. Nach all diesen strengen Wochen. Und wir die drei Punkte eingefahren haben. Was wir aber heute gesehen haben, wenn eine Mannschaft so stark gegen Ball arbeitet. Wie geht es Ihnen? Hat ihr das Team Mühe? Wie arbeitet ihr das, dass ihr eure Ballstafette besser macht? Wie kann man das auch ein defensiv gut eingestelltes GZ? Keine Chance mehr hat. Ja, da müssen wir arbeiten. Wir müssen den Spielaufbau schauen. Wir sind vielleicht ein bisschen überrascht worden, dass das GZ so hoch kam. Da muss man immer wieder schauen, dass man zwischen der Linie steht. Und dort den Ball kann verlangen. Wir haben zwei, drei gute Szenen gezeigt. Auch dann, wo wir unter Druck waren. Aber da müssen wir uns sicher noch steigern. Aber wie gesagt, wir haben viele Junge. Und wir haben auch wieder Änderungen im Team gehabt. Und darum bin ich sehr zufrieden und stolz, wie sie das erledigt haben. Die letzten paar Tage haben Sie viel rotiert gegen Servetti jetzt. Am Wochenende im Cup wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Weil im letzten Rund kommt dann Minsk. Wie sind Sie denn mit der vollen Stärke und alle fit im letzten Rund? Was müssen Sie da noch machen? Ja eben, ich habe extra ein bisschen rotiert, um alle ein bisschen pausieren zu lassen. Damit es ein bisschen atmen könnte. Die Verletzungsanfälligkeit natürlich ein bisschen reduziert wird. Jetzt gehen wir auf Lausanne gegen Renault und nehmen den Match sehr ernst. Am besten ist es, wenn wir von Anfang an gerade Druck machen können und schnell mal in die Führung gehen können und die Sache mal hoffentlich bald erledigt ist. Weil dann können wir vielleicht nochmal den einen oder anderen Wechsel machen. Aber erst nachher gilt dann die Vollkonzentration auf Minsk. Unsere Zuschauer sehen Sie wieder im letzten Rund. Was können Sie dort erwarten? Ja, ich hoffe, dass die Mannschaft dann ihre Leistung abrufen kann und nicht zu nervös ist und dann nach vorne spielen kann. Wir das 1-0 sicher mal wegmachen können. Wir dürfen aber nicht blind ins offene Messer laufen, sondern in aller Ruhe unser Spiel probieren aufzuziehen mit weniger Fehlern als im Minsk. Und dann liegt auch gegen diese etwas drin. die L-0 wechseln. Das 2-0, das ist für immer noch ganz wichtig. Und dann liegt die L-0-Modelle im Ausnahme.